So Leute, ein bisschen Cardio gemischt mit einer anderen Übung. Also Cardio haben wir ja klassisch, kennen Sie ja schon. Händchen hier ran und im Rocker beim Hocker. Also die Rocker und der Hocker. Händler schon. 30 bis 50 Stück so, dass wir schön noch ran können. Wir hatten ja gestern quasi die Planckübung, wo meine Kamera auch sagte, das ist der Hass. Jetzt kommt der Hass. Ihr geht in die Planke. Richtig geile Nummer. So, seid ihr in der Planke? Und wir bleiben in der Planke, genießen die Nische und jetzt machen wir Knie anziehen. Das heißt, ihr geht hier vor. Und versucht, dass ich nicht kann, mit dem Knie euren Ellbogen anzutippen. Jetzt haben wir so 10 bis 20 Wiederholungen insgesamt, also für beide Seiten. Dann ungefähr 40 Minuten Pause und dann kommt die nächste Runde. Also ihr wisst ja, 30 bis 60 Minuten Pause und 5 bis 10 Durchgänge. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.